Willkommen bei einem neuen Video und heute, ähm, also jetzt, mal habe ich gedacht, mache ich noch ein, ähm, Autos of Tune 5 jetzt schon, also das fünfte Format und ich denke, denke schon, dass, ähm, euch das freut, wenn ich das weiter so mache. Ja. Packen, wie immer, fahren wir erstmal mit das Auto in die Geräusche, in die Geräusche fahren wir, so, wo, wohin, wohin, ähm, wir fahren hier lang, so, ein Kilometer, Komma, neun, und, ähm, wissen wir jetzt, f-f-f-f-f-fahren, leute, und, ja. Ähm, hier, ne, wir uns jetzt irgendwie folgen, wie es aussieht, aber, glaube ich, den werden wir schon schneller los, als man meinen Namen aussprechen kann. Oder? Na, ich weiß nicht, wir uns... Ich finde, den eigentlich, ähm, jetzt, von hinten sieht er jetzt gar nicht schön aus, den ich vorne hatte, aber was... Also, das sieht aus, ob das irgendwie so ein alter VW ist, wenn ich raten kann, oder wenn ich es weiß. Das sieht schon nice aus, muss ich sagen. Also, dass da so Feuer... Also, das kenne ich gar nicht, dass das so Feuer dran ist. Das machen wir, wie immer, zum Schluss. Und jetzt müssen wir gucken, was wir für eine Farbe nehmen. Schwarz, und dann, ich hab's, Leute, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's... Wo ist denn das schöne Grün? Kann man das noch irgendwie schöner machen, oder nicht? Hier, wir nehmen dieses Rot. Also, das finde ich, irgendwie, das sieht geil aus, das Rot. Richtig komisch. Spoiler. Und... die hier. So. So, Leute, ähm, wir nehmen, auf jeden Fall schusssicher bereichen, wie immer, ähm, und auf jeden Fall Rot. Fenster, schwarz, und... Ja. So, hätten wir den schon mal. Sieht ja bestimmt, wie er aussieht. So, ich finde den sehr gut. Ja. So, kommen wir auch dann zum zweiten Auto, und wieder zum letzten. Den hier. Haben wir den schnell eins auf den Mund gegeben, wenn man's jetzt mal so sagen darf. Ich denke schon, dass viele, ähm, warte, ich mach eine besondere, ähm, ich mache jetzt noch ein Auto, dafür müsst ihr mir ein Like da lassen. Ein. Nur ein, Leute. Ein, sonst mach ich das Format jetzt nicht weiter, denn... Ein Like, wenn denn, sonst... mehr nicht, mehr nicht. Also, wirklich nicht irgendwie tausend ein Like. Das ist ja, sehr nett. So, ja, jetzt haben wir bei denen die Farbe vollen vergessen, das ist mir gerade eingefallen. Das ist aber jetzt scheißegal. Was nehmen wir jetzt? Nehmen wir mal das Gold. Und das Gelb. Also, das habe ich jetzt selten mal so gemacht, muss ich jetzt sagen. Guck mal, ob's hier Gold gibt. Bronze gibt's, gelben, äh, Gold gibt's auch. Blauer, äh, roter, wir nehmen einfach mal gelber. Ähm, Fenster und Scheinwerfer. Ähm, rot sieht sehr gut aus. So, haben wir den jetzt auch schon mal. Also, so sieht er aus. Und jetzt suchen wir eben das Auto, was ich, ähm... Oder warte, ich muss überlegen, ob ich das in diesem Video mache, oder ob ich das so ein extra Video mache. Überlege ich mir noch, jetzt suchen wir erst mal noch ein, das ein oder andere Auto. So, Leute, den, denke ich mal, habe ich noch nie aufgetunnt hier. Und dann tun wir jetzt aber auch mal auf. Und das ist dann auch erst mal das letzte Auto. Und für heute, dann denke ich mal, auch das letzte Video. Ja, das letzte. Und ja. Schneller mit in die Garage. Ein Like, wenn denn da lassen. Also, einer wäre schon recht nice. Nur ein, also... Sonst... Also, ihr könnt so viel wie ihr wollt, aber einer reicht. Also, ein Like, nur ein Like wäre am besten. Und ja. So, jetzt Panzerung. Bremsen, Motor, Scheinwerfer. Denn das hier unten, das machen wir aber wie immer später. Verchromt. Nee. Wir machen den einfach mal ganz rot. Fiederung, Getriebe, Toro, also wie man sieht, kann man jetzt nicht so viel aus dem Haus holen. Ein rot, ein schönes rot, so. Fenster und Scheinwerfer in rot, also unten. So, das war's denn auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und hat euch weitergebracht. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Nächstes Mal. Und ja. Ich sag mal, tschüssi, hüssi, tschüssi. Tschüss.